Hallo zusammen, mein Name ist Sascha Speck. Ich mache Polymechaniker-Lehr bei der DORMAKABA Schweiz AG. Ich bin jetzt im vierten Lehrjahr. Ich würde euch gerne meinen Berufshalltag näher bringen. Die Arbeit im Prototypenwell finde ich sehr aussergewöhnlich, da es mir die Möglichkeit gibt zu erleben, wie neue Geräte und Anlagen entstehen. Zu meinen Tätigkeiten gehört es, Teile für Maschinen und Anlagen zu fertigen und zu installieren. Von den Lehrlingsbetreuer bekomme ich jederzeit Unterstützung und kann fragen, wenn ich Fragen habe. Ich bin schön am Polymechaniker-Beruf zu sehen, wenn du am Abend ein fertiges Teil hast, das einfach funktioniert und so ist es jetzt. Wenn ich dir den Beruf Polymechaniker etwas besser zeigen konnte und dir diese gefallen hat, dann bewirbt ich euch sofort bei der DORMAKABA. Beide und Schauspieler Vielen Dank.